Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Dying Light the Following. Ja, wir sind jetzt hier wieder an der Tankstelle. Ehm, mal gucken wir mal drauf. Irgendwas Neues, ich glaube ich habe nichts Neues mehr gefunden. Blablabla. Schrauben gibt da Posten. So, wir sind jetzt auf dem Weg zum Kraftwerk. In meinem letzten Video waren wir hier unten schon. Das hier vormann nicht gespeichert hat, dumm Sack. Soll ich da erstmal wieder komplett hinfahren, ey. Mein Gott. Ich kann noch mal im Team ein paar Schrauben finden. Die ganze Kühle mal. Wer mir reparieren kann. Ja, das sieht noch recht normal aus hier, oder? Also hier waren noch nicht viele Leute. Hier ist ein Kühle, und ich konnte nicht nur die Führung verplant. Jetzt bin ich nicht. Die Spitzhacke, ja. Damit kann ich nichts machen. Ähm... Vielleicht ist der Kühle auch Spaß zu, oder? Warte, 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 warte. Da die Bilder können wir ja alle. Ecke hauen. Zaufeln, die müssen zaufeln. Wie der Lehrer hat dabei den Zünden, sagt er. Halt heile, ich bräuchte Schrauben. Sieht aber richtig normal aus, hier war noch ein Ingwerin zum Plündern. Außer mir jetzt. Snur. Wollte eigentlich noch ein paar Schrauben finden. Up in the Basement. Oh, da haben wir die noch. Kein Keller. Ja. Ja, so ne dumme Spitzhacker. So, kein Keller. Ja. Hier war nichts mehr. Ja. Bücher. Wollern. Mulla, aber dann ist noch ein Loch. Das ist toll. Baklava hat aber was, so geil. Können wir nicht die Tod fressen von denen. Und es ist auch nicht gut, wenn man gegenüber einer türkischen Bäckerei wohnt. Das endet dann immer davon, dass man sich davon totfrisst. 1 über 2. So, wo wollen wir, was du wiederkann? Hey, ich mach meinen Schock mal nicht! Zieh um! Letzte Chance auf ein Schnäppchen! Bist du denn? Auf dem Werk? Digga, was denn mit dir? Was ist das? So, hier. Okay, dann können wir mal gucken, was du so hast. Hallo Fremde, wollen sie etwas kaufen? Ja? Was hast du denn so da? Ah! Clearbond. Ne. Ah, lass du denn noch so. Mull. Schmierstoff. Batterie... Nein! Oh! Digga! Das wollte ich haben. Moment. Sind Sie nicht Kyle Crane? Der Mann, über den alle Farmer reden? Schön sie kennen zu werden. Ja, Mann. Kein Ding. Kumpel Liese. Pau, jetzt hab ich mal ein Medikab benutzen. Was ist denn da? Ich wollte vor Anbruch? Anbruch? Eindruck? 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 Ich glaube, ich bin besser, oder? Ja. Eigentlich happened auch sehr. Wohuohuoh Da muss ich wahrscheinlich auch nach ihm Da muss ich wahrscheinlich auch nach ihm Wua, jetzt habe ich mich nicht von Kassel Ja, oh ja Da hab ich mich schuld da, weil ich bin nicht ganz schlimm da Da hab ich mich noch reingebracht Wann darf, wie soll es da rüberfahren? Hier nicht Ah, ich mach auf Ich hab mein bestes Video die Leute gerettet Ich hab keine Ahnung, wie kann ich hier Nein, 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 nein Ah, aber Ah, ich mach hier Ah, ich mach mal Ah, ich mach so Ah, ich mach jetzt mal Oh, nein, 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 nein Toll ey, ich bin komplett Kacke gefahren da komm ja schön Mein Rätsel. 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 Mein Rätsel.